Sie waren alle stark, aber da gab es einen, der war anders. Ein Mann, der in seinem Leben alles verloren hat, das er in sein Herz geschlossen hat. Ein Boxer, der gegen mich die letzte Chance auf einen Titel in seiner Karriere erhalten hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020